Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Möge der Bestere gewinnen K. Also K. Es ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Und jetzt meine beiden anderen Monster greift direkt an. Damit hast du tatsächlich das Duell gewonnen. Solange ich hier bin, weiß ich eins, dass Submarine Wright hier das Duell wenden wird. Submarine Wright, direkter Angriff vor Game. Im ersten Halbfinale haben wir CK Phoenix. gegen Schattenspieler. So sieht man sich also. Hochentscheid. Yes. Du darfst gern anfangen. Wenn es sein muss. Hm. Mal gucken. Ich beschwöre erstmal Duell Wright. So ist es. So ist es. Und Nachschub brauche ich auch noch. Und eine Karte verdeckt. Du bist die. Okay, dann ziehe ich. Und ich aktiviere Fusion. Und ich fusioniere die beiden Elementarhelden Sparkman und Clayman. Okay. Und in was? Und ich rufe meinen Elementarhelden Donnergigant. Oh nein. Nicht Donnergigant. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch einen weiteren Elementarhelden für dich. Und zwar Bestinitrix. Okay. Ja. Und da ich jetzt zwei Elementarhelden kontrolliere, kann ich R-Rechtschaffendes Urteil nutzen, um deine zwei verdeckten Karten zu zerstören. Jaaaa. Gut. Ich aktiviere Pfannenpreis. Damit passiert nichts. Ja egal. Mann, was soll es das denn hier? Ja. So. Okay. Und jetzt gehe ich in die Battlephase. Elementar Donnergigant greift deinen Drillroid an. Ich muss sagen, du hast mich sehr überrumpelt. Aber das lasse nicht zu. Kugelkurivo setzt deinen Monster in den Verteidigungsmodus. Oh nein. Und jetzt ist dein Bestinitrix zu schwach, um meinen Drillroid zu besiegen. Da muss ich wohl meinen Zug beenden. Hoffe ich doch. Hm. Steamroids. Meine Roids machen weiter. Drillroid ist stärker, hat der Donnergant. Also, Attacke. Wow. Ebenfalls Streamroid. Attacke auf den Stranded Rigs. Hm. Nur ein bisschen Schaden. Aber ich denke mal, es wird reichen. Du bist dran. Ich ziehe. Und ich spiele einen Monster direkt. Einen bei Zug. Ich ziehe. Ich setze eine Karte. Drillroid. Attacke. Drillroid. Das ist meine mächtige DD-Kriegerin. Du vergisst aber die besondere Fähigkeit meines Drillroids. Wenn ich Monster-Freundismus angreife, wird automatisch zerstört. Nein. Oh doch. Und Streamroid. Attacke direkt. Schickly. Los. Mach deinen letzten jämmerlichen Zug. Ich habe keine jämmerlichen Züge. Es sei denn, ich habe eine betreffend bei Stiletrix im Angriffsmodus. Und du bist dran. Echt jetzt? Ja. Ja. Dann setze ich an die Karte. TeamRide Attack. TeamRide Attack. TeamRide Attack.